Am 5. Juni 2015 kamen während der Ruhrgames 300 Jugendliche in die Maschinenhalle nach Gladbeck, um dort am internationalen Jugendcampus der Ruhrgames teilzunehmen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 14 Ländern im Alter von 14 bis 18 Jahren verliehen dem Tag ein tolles internationales Flair. Auf dem Programm standen 20 verschiedene Workshops zu Fair Play, Olympia und Sport und Jugendkultur. Außerdem wurden zahlreiche Mitmachaktionen angeboten. Die aktiven Workshops wie Tanzimprovisation, Sumba, Fitness und Aerobik mit Bällen oder Tanzen mit einem Hocker waren sehr beliebt und zeigten, dass Sport Menschen unabhängig ihrer Herkunft verbindet. Die Jugendlichen waren auch Botschafter ihrer Länder. So brachten einige Gruppen ländertypische Dekorationen, Speisen und Gegenstände mit und präsentierten freudestrahlend ihr Land. Am Abend hat ein Karaoke-Wettbewerb stattgefunden, gefolgt von Shows von verschiedenen Tanzgruppen.